Hey, guck mal, was da jetzt rausgekommen ist. Ich so, hey, raus! Es ist wieder soweit. Horror, was kein Horror ist. Heute gibt's ein bisschen... Und auch ein bisschen... Bitte lach, Jasmin! Zudem haben wir noch etwas... Wer wollte noch mal ein schönes weißes Lächeln? Und natürlich auch... Also, viel Spaß. Bye! Das werden wir jetzt heute spielen. Jetzt gehen wir rein, neue Shift. Ich hab Bock und let's go. Ich mein, ich gar keinen Bock. Okay, also, ich hab einen neuen Job. Ich bin Gerichtsmedizinerin. Meine Mutter findet's nicht toll. Ich fang jetzt in diesem Riverfield an. Meine Mutter meinte, keine gute Idee. Das ist alles verflucht dort und du hörst doch die Geschichten und kennst die doch. Ich wollte früher auch Gerichtsmedizin studieren. Aber ich hab dann auch mit vielen Gerichtsmedizinern gesprochen. Und auch der Weg dahin ist halt auch übel lang und krass. Und ihr habt mal auch gemeint, so... Überleg's dir gut, das ist schon ein krasses Fach, ne? So, okay, dann gucken wir mal, was wir hier so finden. Ich mach schön laut für euch. Damit ihr euch auch erschreckt. So, auf jeden Fall ist dieser Ort schon mal verflucht. Das heißt, schon mal mega cool, dass wir hier arbeiten. Wild? Das sieht aus wie meine... ...schöner Lidschatten. Nehmen wir mal den Pencil. I got the Pencil. And I have to... I have to sign this Pencil. Achso, aber hier kannst du das usen. Was muss ich denn unterschreiben eigentlich? I can... I can use that here. I can use that here. I can... I can use that here. Hä, aber ich soll das doch am Tisch unterschreiben? Für mich war Kakaian. I can use that here. Ah, hier. I'm missing something. Oder hier. I'm missing something. Oder muss ich den Zettel unterschreiben? Achso, okay. Kannst du mir nur verraten, warum du Gnu noch nicht abonniert hast? Warum? Das gefällt mir. I can use that here. I can... Ach ja, schön. Mein schöner Hausflippergarten und mein schönes Hausflipperhaus. Oh Gott. Jasmin! Oh. Mein Gott. Das finde ich so gruselig. Einfach nur. Oh Gott. Bitte mach die Augen nicht auf. So, öffnen. Okay. So, tschüss. Gute Nacht. Ich öffne jetzt das hier und jetzt holen wir die Lady raus. Oh, hat die schönes... Oh, hat die schönes graues Haar, diese dumme Sau. Was hatten die eigentlich für einen Modelkörper, ey? Kannst gleich da reingehen. Das war schon eine Kandidatin von Germany's Next Topmodel, die über irgendeinen gefährlichen Laufsteg laufen musste und es nicht überlebt hat, Mann. Also ich würde sagen, die Figur ist auf jeden Fall krass. Okay. Bitte lach, Jasmin. Das sieht so toll aus. Okay. What the fuck is going on? Ich habe gerade nicht zugehört. Kannst du es nochmal wiederholen? Okay, wir haben einmal den Kopf, wir haben die Schultern, die Arme und die Füßchen. Ich muss jetzt so tun, als würde ich mich auskennen, weil mein Chef gerade da ist. Ähm. Sie hat hier komische... Äh. Sie hat Syphilis. Schöne Nägelchen. Ah! Alles gut, Chef. Da hat sie auch so ein... Ja, das hatte ich... Ja, das ist... Sie hatte zu viel Highheels an. Das ist 100 pro, kommt es vom Füße eincremen und von zu viel Highheels tragen. Das ist definitiv... Sieht schon sehr nach Jeremy's Next Topmodel hier aus. Woher weißt du von hier aus, ob ich alles gefunden habe? Okay, hat sie noch was am Kopf? Ja, auf jeden Fall. Die Hirnmasse ist stark zurück. Darf ich dich auch indizieren? Wir gehen jetzt mal hier lang. Mein Chef ist echt nett. Das hat mein Chef auch immer gemacht. Der hat mir meine Wege zur Arbeit immer leuchtend markiert, damit ich sie finde. Jetzt muss ich sie einbalsamieren. Oh Gott, Leute, apropos Allball, einbalsamieren. Ich habe euch das erste Mal im Urlaub... Entschuldigung, ich muss... Ich weiß nicht, was ich tun muss. Was? Heidi hat gesagt, dein Lächeln ist nicht... Ah! Was hat das jetzt gebracht, der armen Frau den halben Kiefer rauszuhämmern? Heidi hat gesagt, dass man... Also laut der Heidi hat sie einfach zu viel argumentiert. Das mussten wir unterbinden. So, was muss da jetzt rein? That's not it, that's not it, that's not it. Oh, ist voll der Beat. That's not it, that's not it, that's not it. That's not it, that's not it. That's not it, that's not it, that's not it. Yo, ich nehm... I can't hold anything else. Was kannst du denn ein... So, jetzt machen wir das mal hier. I can't hold anything else. Du hast doch gar nichts mehr in deinem Scheiß-Inventar... Ach so, weil es in ihrer Kack Hand ist, oder was? Das ist doch alles nur ne Verarsche. Du bist die Heidi! Was kommt da jetzt noch alles rein? Jetzt beginnen wir mit dem Shooting. Tja, das dauerte ihre Periode. Habt das, wussten wir leider nicht. Aber heute sieht sie aus wie eine Authentische... Also. Reservoir-Bag-Riff-Gravity-Fluid. So, das brauche ich jetzt. Wo ist dieses Fluid? Oh mein Gott, das war denn... Da haben wir wieder Paparazzi am Set. Ja, Dorothy, du hast noch ein bisschen zu viel Fett unter deiner Bauchdecke. Das muss fürs Shooting auf jeden Fall weg. Okay, ciao Heidi! Was, bin ich gerade in der Waschanlage, oder was? Erst mal einen Kaffee machen, Mann. Ich kann ohne Kaffee nicht arbeiten. Warte. So, wo ist jetzt hier mein Kaffeebecher? Und dann ein bisschen Kaffee rein. So. Und noch ein Pad. Oh Mann! Also das wäre für mich schon Grund zu kündigen. So. Okay, dann muss ich... Ich habe jetzt von Heidi den Kontrovertrag bekommen und habe jetzt gemerkt, dass es ein Knebelvertrag ist. Das heißt, ab jetzt fange ich an zu schwitzen. Mit wem fange ich denn an? Let's go! Woran bist du denn gestorben? Alright, let's check you out. Äh... Ah! ZIE! Extrem uncool. So, jetzt brauche ich diesen komischen Fluidbeutel. Wo hat es denn die Fluidbeutel? Da oben! Ja! Und damit muss ich doch jetzt das hier füllen. Ah! Fluidbeutel und... Ich will das hier nicht... Ich will das einfach nicht beachten da hinten. Das ist egal. Ja, ich habe es gesehen! Okay, du bist ready. Hier, der Leila war es doch. Okay, Leila. Und tschüss, Leila. So, behalte ich immer einen Überblick über meine Leichen. Okay, wer schon als nächstes hier? Randalschall. Steht dich weg fest. Okay, Randall. Dann fangen wir doch direkt einmal an. Oh Gott. Was war das bitte? Ich habe Zeitdruck. Ach, ja! Oh Gott, der steht auf! I! I! Wer wollte nochmal ein schönes weißes Leichen und Bleichen? Ich saug auch euren Körper aus! Das wäre so ein... Oh nein. Okay, wir saugen den Typen weiter aus. Druck schneller, Mann! Jetzt muss ich erstmal diesen Mix-Cleaner im Bathroom machen. Hat es überhaupt noch einen? Hey, der ist ja weg. Ah, hier. Volle, er macht keinen Stress. Oh nein. F*** you, bitte. Oh, ich kann. Oh nein. Oh nein. Ich drehe schon richtig durch, ne? Oh oh. Oh, du Scheiße. Nein, tu es nicht. Die macht sich jetzt... Nudelsalat. Lecker. Girl, was machst du denn? Oh, shit. Äh. Okay. Okay. Wee! Ich weiß nicht, was es ist. Es ist ein... Okay, es heißt, wir gehen jetzt mal kurz nochmal die Leichen durch. Und gucken, ob da irgendwas zu sehen ist, oder? Ich gehe nur kurz... Oh mein Gott. Nein. Nein. Ein ganz normaler Besuch der Oma. Nein, das ist kein Bildfehler. Wollt ihr sehen, wie es weitergeht? Dann geht jetzt auf den Kanal Verspieltes Gnu. Sucht das Video. Das schlimmste Game, das meine Zuschauer mir jemals empfohlen haben. Oder klickt einfach auf den Link in der Beschreibung. DINA1. DIN 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 Bis zum nächsten Mal.